Vanhofen wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute freue ich mich auf ein Gespräch mit Klaus von Donani. Herzlich willkommen, Herr von Donani. Herzlich willkommen, Herr Vanhofen. Herr von Donani, Sie waren Bundesminister und regierender Bürgermeister von Hamburg. Und jetzt haben Sie ein, ja, ich glaube, man kann ruhig sagen unbequemes Buch geschrieben. Da stehen Wahrheiten drin, die dem einen oder anderen vielleicht in der Form noch gar nicht so bewusst sind. Und darüber würde ich jetzt gerne mit Ihnen sprechen. Und eines der Dinge, die Sie hier eben in Frage stellen, das ist das Bündnis zu den USA. Also wenn wir mit der Außenpolitik vielleicht mal anfangen. Und ich wollte da aus dem Buch kurz mal zitieren, was Sie da geschrieben haben. Es gibt im Establishment in Washington Leute, die seit Jahrzehnten nichts anderes im Kopf haben, als Russland weiter zurückzudrängen. Das mag in der geopolitischen Interesse von den Amerikanern sein. Im Interesse der Europäer ist es nicht. Jetzt würde mich mal interessieren, dass Sie ja ein großer Amerika-Kenner sind. Woran machen Sie denn diese Aussage fest? Ich mache die Aussage in erster Linie daran fest, dass die USA ja im Jahre 1990 als die Möglichkeit bestand, mit Russland sozusagen einen neuen Anfang zu machen nach dem Kalten Krieg. Mit Gorbatschow und auch mit Jelzin. Und dann auch mit dem ersten, mit dem frühen Putin, der ja 1999 dann von Jelzin übernahm. Da hätte man natürlich den Russland entgegenkommen können in vielen Fragen. Aber stattdessen hat man von Anbeginn die Vereinbarung, die mit Gorbatschow durch Baker getroffen war, nämlich die NATO nicht über Deutschland hinaus zu erweitern, das dennoch zu tun. Ob das eine schriftliche und eine richtige und eine verbindliche Vereinbarung war, darüber will ich gar nicht streiten. Da gibt es einen sinnlosen Streit nach meiner Meinung. Aber wichtig ist, dass man von Anfang an wissen musste, dass die NATO-Erweiterung ein riesiges, ein großes Sicherheitsproblem für Russland darstellt. Und dennoch haben die USA das einfach vorangetrieben. Und zwar aus innenpolitischen Gründen. Das wäre jetzt meine nächste Frage, aus innenpolitischen Gründen. Was haben Sie damit gemeint? Also das ist ja erst mal ein außenpolitisches Thema. Aber Sie sagen, dass das eben auch tatsächlich mit der Innenpolitik der Amerikaner zu tun hat. Wenn Sie das auch noch mal kurz ausführen könnten. Ja, aber klar. Clinton hat dem Jelzin gegenüber im Jahr 1997, 1998 gesagt, lieber Kollege, ich muss die NATO-Erweiterung machen, um die nächste Wahl in den USA zu beginnen. Steht übrigens auch in meinem Buch. Und dann hat Jelzin aber gesagt, aber ich kann dem nicht zustimmen, weil das wäre Verrat an meinem Volk, hat Jelzin wörtlich gesagt, so wörtlich zitiert bei Burns, dem heutigen CIA-Chef von Biden. Und daraufhin hat Clinton dann gesagt, na gut, dann werde ich das verschieben nach ihrer Wahl. Aber dann muss ich es dennoch machen. Und dasselbe Problem haben wir natürlich jetzt gehabt im vergangenen Dezember, als Putin vorgeschlagen hatte, wir müssten über diese Sicherheitsfragen in Europa erneut diskutieren, denn die Welt hat sich total verändert. Damals hat er die Frage der Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO in den Mittelpunkt seiner Interessen gestellt. Und dann haben die USA geantwortet, über diese Frage werden wir mit euch gar nicht reden. Wir machen das dennoch. Aber trotzdem ist es für jemand meiner Generation, ich glaube auch erst recht ihrer Generation, natürlich erst mal schwierig zu verstehen, warum sie das Verhältnis, das Deutschland mit den Amerikanern hat, als Missverständnis darstellen. Haben wir da nicht viel zu viel Dankbarkeit den Amerikanern? Dankbarkeit und Interessen sind zwei ganz verschiedene Dinge. Wir müssen unsere Interessen sehen und da spielt Dankbarkeit eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist, was ist heute für Deutschlands Sicherheit und für Deutschlands Zukunft wichtig. Und da muss man erkennen, dass wir in einem gefährlichen Maße von US-Innenpolitik abhängig sind. Der frühere unter Trump für, ich glaube, zwei Jahre oder so etwas, anderthalb Jahre zuständige Minister für Verteidigung in den USA, Mark Esper, hat in den letzten Wochen ein interessantes Buch veröffentlicht. Und in dem zeigt er, wie stark die innenpolitischen Bedingungen die Außenpolitik auch unter Trump bewegt haben. Und das ist hoch riskant für uns, hoch riskant. Weil die USA wählen alle zwei Jahre, sind also im Grunde genommen außenpolitisch kaum handlungsfähig, weil immer wieder sozusagen die nächste Wahl eine große Rolle spielt. Das ist ein Verhängnis für die USA. Die können das nicht ändern. Wir wissen sie selbst, weil es in der Verfassung steht und die Verfassung so schwer änderbar ist. Aber im Kern ist das Problem, dass die USA ihre Außenpolitik in hohem Maße von ihrer Innenpolitik abhängig machen müssen. Und das ist für Europa und für Deutschland eine gefährliche Situation. In dem Zusammenhang schreiben Sie dann eben auch, dass die NATO-Politik, die einen größeren Krieg in Europa in Kauf nehme, die Amerikaner nicht verletzen würde. Aber glauben Sie denn, dass das tatsächlich in der letzten Konsequenz dann auch bedeutet, dass das kompromisslose NATO-Engagement der Amerikaner für Europa dann tatsächlich ausbleiben würde, wenn es spitz auf Knopf käme? Nicht, dass es ausbleibt. Aber ich will mal in der Gegenwart beginnen. Die USA haben gesagt, sie verteidigen die Ukraine. Was ist denn das Ergebnis? Der Krieg wird nicht in den USA geführt zur Verteidigung, sondern nur in der Ukraine. Die USA halten sich mit Recht dort heraus, weil es sonst noch gefährlicher würde. Aber im Grunde genommen wird ein Krieg dort geführt mit der Zerstörung der Ukraine. Und Henry Kissinger hat schon im Jahre, ich glaube, 68 in einer sehr intensiven Reflexion über die nukleare Abschreckung in der nächsten Zeit, also lange her, hat er geschrieben, da wir ja nukleare Sprengköpfe nicht einsetzen werden, weil wir dann selber getroffen werden. Übrigens hat auch Biden das jetzt nochmal gesagt. Werden wir den Krieg immer auf dem Lande, das betroffen ist, führen müssen. Das ist schade, aber so ist es. Und deswegen glaube ich, dass wir eben heute in einer Lage sind, in der die USA, wenn es zu einem größeren Krieg, zu einer Ausdehnung des Krieges in Europa käme, zwar wieder Truppen schicken würden. Das ist sicher richtig. Aber Deutschland würde erneut zerstört werden. Und ich habe in meinem Buch ja über eine NATO-Übung berichtet. Und vielleicht können Sie sich auch daran erinnern. Ja, ich würde, aber dann können wir das Thema Amerika, naja, kann man nicht abschließen, weil es natürlich überall reingreift. Richtig, ja. Trotzdem, weil Sie ja betonen, wir sollten Abstand zu den USA bewagen, sagen Sie in Ihrem Buch. Und nicht Abstand bewahren. Wir sollten offen mit den USA darüber reden, dass die Sicherheitsinteressen der USA nicht die Sicherheitsinteressen Europas sein können. Das ist, dazu brauchen wir ja keine politische Wissenschaft. Wenn ein Land 6000 Kilometer und vom Atlantik von uns getrennt ist, dann hat es natürlich andere Sicherheitsinteressen als wir. Aber Sie haben das Thema Ukraine angesprochen. Und deshalb würden Sie das denn auch nach dem russischen Angriff auf die Ukraine so deutlich nochmal formulieren? Ja, ich behaupte jetzt sogar gemeinsam mit dem früheren Botschafter der USA in Moskau, Jack Medlock, der ja dann nach seiner Amtszeit ein weltberühmter Professor für diplomatische Geschichte an dem Princeton-Institut für Advanced Studies wurde, wo er ja auch Einstein gelehrt hat. Und der hat in den letzten Wochen einen Artikel geschrieben und der lautet am Anfang etwa so, der Krieg in der Ukraine ist eine Scharade US-amerikanischer Innenpolitik, weil die Innenpolitik sozusagen von beiden erwartet hat, dass er härter sei, als er eigentlich in den Verhandlungen hätte sein müssen. Und er hat ja abgelehnt zu verhandeln, beiden. Nun weiß ich, wenn ich mir das von Ihnen so jetzt alles anhöre und weiß ich ja von Ihnen, dass Sie in Amerika studiert haben, in Yale haben Sie sogar einen Bachelor gemacht und dann haben Sie da auch gearbeitet in Detroit. Und würden Sie sich denn heute als enttäuschter Transatlantiker bezeichnen? Nein. Ich bin mit dem Herzen immer eng bei den USA. Aber die USA machen eine falsche Politik. Und wenn ein Freund einen Fehler macht, muss man ihm das sagen. Und dieser Fehler, den die USA machen, ist gefährlich für Europa und gefährlich für Deutschland. Und darüber müssen wir reden. Man muss unter Freunden, und das sage ich in meinem Buch ja ausdrücklich, muss man eine offene Sprache haben. Wenn man eine Wertegemeinschaft ist, die ja was anderes ist als nationale Interessen, wenn man eine Wertegemeinschaft ist, dann muss man in dieser Wertegemeinschaft die unterschiedlichen Interessen erkennen, sie aussprechen und das Problem klären. Und was wir nicht tun in Europa gegenwärtig, ist mit den USA offen darüber zu reden, dass sie völlig andere Interessen in Europa haben als wir, was unsere Sicherheit angeht. Übrigens auch oft, was unsere Ökonomie angeht. Greife ich gerne auf, was unsere Ökonomie angeht. Denn Sie halten ja auch Nord Stream 2 für ein legitimes deutsches Interesse. Und wenn Sie dann aber trotzdem da noch mal die letzten drei Monate Revue passieren lassen, sehen Sie das heute noch genauso? Ich verstehe überhaupt nicht, was da das wirkliche Problem sein soll. Wir haben in der Vereinbarung über Nord Stream 2 mit der Ukraine vereinbart, dass keine niedrigere Öllieferung und keine geringere Gaslieferung über die Ukraine erfolgen würde, wenn Nord Stream 2 gebaut wird. Das gibt eine ausdrückliche Vereinbarung, dafür hat Frau Merkel ausdrücklich gesorgt. Also es stand gar kein Problem, das als eine Bedrohung zu sehen. Wo war denn die Bedrohung? Wo war denn die Bedrohung? In Wahrheit ist es doch so, Herr van Hoven, dass wir nicht so abhängig sind von russischem Gas, wie Russland offenbar abhängig ist von der Lieferung von Gas an uns. Denn wenn wir jetzt an eine Sanktion gegenüber Russland nachdenken, dann können wir offenbar auf das Gas verzichten, aber glauben, dass wir Russland schmerzhaft treffen, wenn wir die Gaslieferung stoppen. Das heißt also, es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit und die gibt es in der Globalisierung immer. Und ich würde sogar behaupten, wir sind von den USA abhängiger, als wir von Russland sind. Und wenn Sie dann unsere ganz engen Verbündeten, wie zum Beispiel die Franzosen hören, die eben auch mit unserem Bundeskanzler einer Meinung sind, dass da die Sanktionen immer weiter verschärft werden und sozusagen die Schraube immer weiter angezogen wird, dann würden Sie den wahrscheinlich, wenn ich Sie jetzt recht verstehe, davon abraten. Nein, würde ich nicht im Augenblick, weil Putin angegriffen hat. Das ist eine völlig andere Lage. Wir haben natürlich durch den Angriff Putin auf die Ukraine eine neue Situation. Und da wir sie nicht unmittelbar mit Waffen gegenüber Russland beantworten können, müssen wir das tun, was wir tun können. Und das sind Sanktionen. Ich bin nur der Meinung, und das kann man beweisen, dass natürlich Sanktionen anstelle von Verhandlungen in der Frage der Ukraine und in der Frage der Mitgliedschaft der Ukraine in der NATO nicht sinnvoll waren. Biden hat am Ende der NATO-Gipfelkonferenz im März dieses Jahres gesagt, er habe Sanktionen angedroht. Daraufhin hat doch eine CBS-Journalistin gesagt, aber Sie wissen doch, Herr Präsident, dass die Sanktionen nicht gewirkt haben. Daraufhin hat er gesagt, Sanktionen wirken nie im Sinne von Frieden, also Deter, Abschrecken oder Sanktionen schrecken niemals ab. Also er wusste, dass er ein zur Verhinderung des Krieges völlig untaugliches Mittel benutzte, anstatt zu verhandeln. Das finde ich eine große Sünde. Und ich schreibe damit auch den USA einen erheblichen Anteil daran zu, dass wir heute in dem Kriegszustand sind. Ich bin fest davon überzeugt, man hätte es durch Verhandlungen über die Ukraine auch verhindern können. Es geht ja im Grunde genommen um die Osterweiterung schlichtweg. Also nach 1991 sind dann eben Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, sehr alter Ostblock, hat sich der NATO zugewandt. Jetzt kann man natürlich sagen, Bush und Gorbatschow haben sich auf was geeinigt, das eben nicht aufgeschrieben wurde. Da gibt es kein Dokument, aber Worte zählen halt auch. Aber es waren ja die Länder, die bittend vor der NATO gestanden haben und gesagt haben, nehmt uns auf, weil sie eben wussten aus Zeiten der Sowjetunion, wie es in einer Diktatur eben unter Russland aussieht. Und deshalb tue ich mich ein bisschen schwer zu sagen, also die Amerikaner wollten die Osterweiterung, so nach dem Motto. Aber die Länder, die das betroffen haben, die sind sozusagen damit reingezogen worden. In meiner Erinnerung haben sich alle sehr darum bemüht, in die NATO aufgenommen zu werden. Das ist auch richtig. Da haben Sie völlig recht. Das bestreite ich ja nicht. Ich sage nur, es war auch amerikanisches Interesse, aber die Länder haben von diesem Interesse gerne Gebrauch gemacht. Machen hätte man es nicht müssen, aber nun ist es passiert. Die Ukraine und Georgien sind zwei besondere Fälle. Das sind beides ehemalige Staatsgebiete von Russland und zwar auch schon vor der Sowjetunion. Und deswegen scheint es für die Russen eine andere Sache zu sein, ob eine Erweiterung des Verteidigungsbündnisses aus dem Kalten Kriege der NATO, eine Erweiterung auf die Ukraine geschieht oder ob Polen oder Litauen aufgenommen werden. Und deswegen hat sich die Sache ja auch erst an der Ukraine und an Georgien so entscheidend entzündet. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel auch sehen oder wenn wir alle jetzt zum Beispiel sehen, wie sich diese Angst sozusagen in Europa vor den Russen verbreitet, also ich meine jetzt zum Beispiel Schweden und Finnland, dann merkt man doch, dass es da zumindest die Angst vor Putin gibt. Ich will gar nicht sagen vor dem russischen Volk, da würde ich mich, das würde ich überhaupt nicht sagen wollen, aber vor diesem Diktator, der im Moment unberechenbar ist. Und deshalb also Finnland und Schweden, wo man nie geglaubt hätte, dass die aus ihrer Neutralität mal rauskommen, dass die jetzt auch in die NATO gehen. Also diese Angst, die da jetzt in Europa vor den Russen umgeht, die ist ja eigentlich unbestreitbar. Das ist völlig richtig. Und ich kann auch nachvollziehen, dass Schweden und Finnland jetzt in die NATO eintreten wollen. Und ich denke, das wird am Ende auch geschehen, trotz Erdogans Widerspruch. Aber das wurde ausgelöst durch den Krieg. Wenn der Krieg nicht geschehen wäre, wenn man die Entscheidung, die Ukraine in die NATO zu nehmen, nicht getroffen hätte, sondern wenn man in diesen beiden Fällen, Georgien und Ukraine, eine andere Lösung gefunden hätte, dann wäre dieser Krieg nicht gekommen und dann wäre auch Finnland und Schweden nicht so weit gegangen, einen Antrag zur Aufnahme in die NATO zu stellen. Nun muss man wissen, Herr van Hoven, dass im Jahr 2018, also vor vier Jahren, der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, die ja nun das Zentrum war für die Begegnungen in der westlichen Welt mit Russland und mit China, über die Fragen des Friedens und der Rüstung und so weiter. Der Vorsitzende dieser Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat im Jahre 2018, steht alles in meinem schönen Buch, steht alles in meinem schönen Buch, geschrieben, wir haben längst im Westen entschieden, entschieden, dass die Ukraine nicht in die NATO kommen wird. Und wir werden, so wie die Amerikaner das vorgeschlagen haben, übrigens auch der heutige Präsident der CIA, der Chef der CIA in den USA, wir werden stattdessen eine andere Vorsorge für die Sicherheit der Ukraine finden, aber nicht in der NATO. Und dass die USA diesen im Westen offenbar längst feststehenden Beschluss, was übrigens auch von der Rand Corporation dann noch kurz vor Kriegsbeginn bestätigt, also der amerikanischen Planungsorganisation der Rand Corporation bestätigt, Entscheidung des Westens, die Ukraine darf nicht in die NATO kommen, weil das Gefahren des Krieges auslöst, dass die USA das dennoch betreiben, das verdanken wir diesem Establishment in Washington, von dem ich gesagt habe, für die sozusagen der Kampf gegen Russland, das Abendgebet ist und das wir dann am nächsten Tag noch einmal nachbeten. Und das ist ein Fehler und darüber muss zwischen Deutschland und den USA geredet werden und auch zwischen der EU und den USA. Was will denn dieser Zirkel, von dem Sie sprechen, der da interessiert ist, Russland weiter zurückzutreiben? Also was ist denn der Sinn der Sache? Ist es die Waffenindustrie weiter zu fördern oder was sind da Ihre Vermutungen? Das ist schwer zu sagen, wie weit die Waffenindustrie dahinter steckt. Ich glaube nicht in erster Linie. Ich glaube in erster Linie steckt dahinter eine seit 150 Jahren bestehende Auffassung in den USA. Russland sei das Evil Empire und man müsste das zurückdrängen und bekämpfen. Und diese Auffassung wiederum ist auch verwandt mit der britischen Tradition, Russland als einen gefährlichen Feind zu betrachten. Warum? Weil die Briten immer befürchtet haben, Russland schon das Zarenreich könne auf dem Landweg Indien erreichen. Deswegen hat man schon immer Russland sozusagen versucht einzugrenzen. Bis zu einem Krieg um die Krim, wo man Sevastopol mit französischen und britischen Truppen zerstört hat, obwohl der Krieg von Russland längst als nicht mehr existent bezeichnet wurde. Also es gibt dort eine gefühlsmäßige Feindschaft gegenüber Russland, über die ich auch in meinem Buch geschrieben habe. Und die ist eine Gefahr für uns. Denn, da komme ich zurück auf den Ausgangspunkt, die USA sind von diesem Russland, von dem westlichen Teil von Russland, als Moskau und als St. Petersburg und so weiter, weit, weit entfernt. Für uns ist es der größte, wichtigste und, wie wir jetzt auch sehen, offenbar auch gefährlichste Nachbar. Und deswegen haben wir andere Interessen in der Sicherheitspolitik als die USA. Und wenn wir uns auf die USA-Innenpolitik verlassen müssen, was dort gerade genehm ist und dort gerade geht, weil dort immer gewählt wird, dann haben wir für Europa keine wirkliche Sicherheit. Und darüber, mehr sage ich gar nicht, muss endlich debattiert werden. Das darf man nicht länger unterdrücken. Darf ich mal eine ganz schlichte Frage stellen? So richtig eine schlichte Frage, um sie zu verstehen. Sind jetzt aus Ihren Augen die Amerikaner die Bösen und die Russen die Guten? Nein, natürlich nicht. Aber die Amerikaner irren. Und sie haben andere Interessen. Die Amerikaner haben Interessen, die unsere Interessen nicht sind. Ich will Ihnen mal eine Frage umgekehrt stellen. Glauben Sie, dass Sie täglich darüber nachdenken, wie das Migrationsproblem zwischen Mexiko und Texas beziehungsweise dem Süden der Vereinigten Staaten gelöst werden kann, über die, ich weiß nicht, 3000 Kilometer lange Grenze, die nicht zu bewachen ist? Das macht sie nicht schlaflos. Aber das macht den Bewohner von Arizona und den Bewohner von Texas vielleicht schlaflos. Und so ist es umgekehrt auch. Wenn Sie heute Mario Pol in den amerikanischen Zeitungen verfolgen, dann sind das kleine Notizen. Bei uns sind das Tagesnachrichten im Fernsehen. Also es ist einfach ganz, dazu brauchen wir doch gar nicht nachzudenken. Das weiß doch jeder Bauer, dass der Hof, der weit weg ist, eine andere Sorge macht als der Nachbar, der über die eigenen Grenzen pflügt. Also das muss man doch nicht beweisen. Und darum geht es, nur darum geht es. Okay, dann ist natürlich die Frage, wie kann man denn überhaupt jetzt noch auch als Europäer mit Putin verhandeln? Was schlagen Sie vor? Na, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir erstmal in der deutschen Debatte erkennen, dass es nicht nur drei Parteien gibt, nämlich Europa, die Ukraine und Russland, sondern dass die wichtigste Partei die USA sind. Die werden in der gegenwärtigen deutschen Debatte völlig ausgelassen. Das Wichtigste ist also, dass Europa sowie die Wahlen in Frankreich jetzt im Juni geklärt sind. Und wir hören ja schon positive Zeichen in dieser Richtung, auch aus Italien. Dann sollten die europäischen Mächte, die dazu bereit sind, in die USA fahren und mit dem Präsidenten Biden darüber reden, ob er nicht eine Erklärung abgeben kann, dass die längst im Westen festgestellte Strategie, nämlich die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen, endlich auch öffentlich von den USA erklärt wird. Aber da sage ich Ihnen voraus, das kann Biden nicht. Weil im November Wahlen sind. Und wenn im November Wahlen sind, muss er sich jetzt um diese wenigen Abgeordneten oder Senatoren auf der einen und der anderen Seite ringen. Und da er dafür auch republikanische Stimmen, also Gegnerstimmen braucht, muss er eine Politik machen, die den Republikanern näher ist. Und das tut er gegenwärtig. Und da Biden niemals in seinem politischen Leben ein mutiger Mann war, traue ich ihm nicht zu, dass er den Mut haben wird, in dieser Situation eine offene Erklärung zugunsten einer Neutralisierung der Ukraine abzugeben, wie sie Präsident Zelensky längst eingeführt hat. Da bin ich mir aber auch nicht so sicher, wenn Zelensky jetzt plötzlich sagt, wir machen das, dann hat er auch eine riesige Gefahr innenpolitisch, dass er da ein ungeheures Problem kriegt. Denn ich meine, mittlerweile sind ja schon Tausende von Soldaten ukrainischen Soldaten gestorben. Und wenn man da jetzt plötzlich sagt, das war ja jetzt für nix, wir bleiben neutral, dann hat Zelensky auch ein riesiges Problem. Richtig. Natürlich, jeder muss seine innenpolitischen Probleme tragen. Meinen Sie, die SPD hat keine innenpolitischen Probleme, 100 Milliarden in einen Sonderfonds zu setzen für Rüstung? Gucken Sie sich mal die Position von Herrn Mützenich in dieser Frage an. Innenpolitische Fragen beantwortet man mit Mut. In einer Zeit, wie wir sie heute haben, in der die Welt sich so schnell verändert, gehört politischer Mut und Zivilcourage, gehören zu den wichtigsten Eigenschaften eines Politikers. Die zeigt weder Biden, ja, und die zeigt mehr für mich schon Zelensky, indem er das überhaupt erwähnt. Also wo Sie jetzt schon die innenpolitischen Probleme der SPD ansprechen, muss ich natürlich Ihren Eindruck erfahren, was Sie von dem Versuch des Altkanzlers Gerhard Schröder gehalten haben, als der versucht hat, mit Putin ins Gespräch zu kommen. Naja, also ich fand es am Anfang sehr gut, was Schröder gemacht hat, weil ich es immer gut finde, wenn man eigene Leute hat, die auch Einfluss auf die andere Seite haben. Und da Russland, wie wir heute sehen, offenbar auch ein gefährliches Land war, habe ich immer begrüßt, dass er das macht. Ich habe allerdings auch immer, ohne ihn hier jetzt kritisieren zu wollen, weil das seine Entscheidung war, ich war immer der Meinung, er hätte dafür kein Geld nehmen sollen. Dann hätte er seine Position wesentlich stärker gemacht. Und das war, finde ich, der Fehler, der ihm sozusagen da anhaftet. Sonst, finde ich, die Betätigung von deutschen Unternehmern oder von deutschen Politikern auf amerikanische Seite. Also Herr Merz war ja viele Jahre lang Lobbyist, wenn man so will, oder Teil auf jeden Fall von dem größten Investor in den USA, nämlich von BlackRock. Also der war auch auf der USA-Seite. Warum soll nicht, wenn in Russland nun die Unternehmen sehr viele Staatsunternehmen sind, dass es nun mal russische Struktur, ein Deutscher, auch sich da betätigen. Also das finde ich überhaupt eher gut, wenn man grenzenüberschreitende Personen hat, die auch die Interessen der anderen Seite vermitteln können. Aber wie gesagt, Schröder hätte sich einen größeren Gefallen getan, wenn er dafür kein Geld genommen hätte und hätte das in eine Stiftung gebracht. Ja, aber ich sage jetzt mal so, dass das für ihn natürlich auch eine große Motivation war, bei Gazprom einzusteigen. Ja, das ist ja in Ordnung. Aber eben, wenn das Geld, was davon da kommt, in eine große Stiftung für deutsch-russische Kulturbeziehungen gesteckt worden wäre, dann hätte er heute nicht diese Probleme. So würde ich sagen. Absolut, absolut. Kurze Pause, gleich geht's weiter mit Van Hoven. Präsentiert von der Le Gen Akademie. Motiviert geht es weiter mit Van Hoven, präsentiert von der Le Gen Akademie. Herr Fondonani, Sie machen ja noch einen größeren Kreis. Und da gibt es ja noch eine Macht, über die wir überhaupt noch nicht gesprochen haben, und das ist nämlich China. Inwieweit glauben Sie, dass über diesen Strang, also vielleicht unser Problem hier in Europa, was wir im Moment haben mit der Ukraine, mit dem Angriffskrieg der Russen, dass da diese Großmacht eventuell in unserem Interesse vielleicht auch eine Wortmeldung mal abgeben würde? Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe versucht, in meinem Buch auch China einzubeziehen und die Interessen von China zu verstehen, habe aber ausdrücklich auch geschrieben, dass da ich weder chinesisch kann, noch sozusagen in China lange gelebt habe, bin ich nicht in der Lage, das wirklich zu beurteilen. Ich habe das aus den Quellen, die mir zur Verfügung stehen, abgeleitet und festgestellt, dass China in der Regel nicht militärisch expansiv ist. Und das, glaube ich, entspricht chinesischer Geschichte und entspricht auch der chinesischen Politik der letzten Jahrzehnte. China ist ein Land, das einen großen Schritt getan hat, aus einer Vernachlässigung, aus einer Kolonisation durch den Westen im 19. Jahrhundert und so weiter sich befreit hat und auch einen großen Fortschritt im Wohlstand seiner Bevölkerung erreicht hat. Auf eine Weise, die uns nicht verträglich ist, aber die man in einem Land wie China ja auch anders sehen muss. Das ist ja auch eine andere Sozialstruktur, andere Differenzierungen zwischen den Sprachteilen und so weiter hat. Also insofern, glaube ich, hat China eine große Leistung erbracht. Was China in Europa heute tun könnte, kann ich nicht sehen. Ich glaube, China ist heute mit Russland nahezu verbündet. Das ist ein Ergebnis US-amerikanischer Politik. Wir haben es erreicht, dass Russland auf die Seite Chinas gedrängt wurde. Brauchen Sie nur bei dem heutigen CIA-Chef von Herrn Biden, also bei dem Geheimdienstchef von Herrn Biden, Herrn Burns, nachzulesen. Da steht das alles drin. Wir haben das erreicht durch unsere Politik gegenüber Russland, haben wir Russland an die Seite Chinas gedrängt. Und das halte ich allerdings auf die Dauer für gefährlich, wenn es im Osten, nämlich zwischen China und den USA, zu Auseinandersetzungen kommen könnte. Ja, würden mir zwei Fragen zu einfallen. Also weil Sie sagen, es ist nicht bekannt, dass China expansiv ist. Thailand zittert, Taiwan, Taiwan, Gottes Willen, Taiwan zittert, dass das eventuell mal anders aussehen könnte. Aber dann wären sie natürlich im direkten Konflikt mit den USA. Und deshalb kann es da natürlich eine Zurückhaltung geben. Aber dieses, dass wir die Russen an China gedrängt haben, da frage ich mich immer, also wenn ich mich ja diesen großen, langen Tisch immer angucke, wo er links Putin gesessen hat und dann hat da der französische Präsident gesessen, da hat der Chef der UNO gesessen, da hat Scholz gesessen und alle haben versucht, mit ihm zu reden, ihn zu überzeugen, dass man das Problem auch anders lösen könnte. Ich habe immer so das Gefühl, da ist viel passiert im Vorfeld. Ja, aber doch sehr spät. Die Entwicklung zwischen China und Russland, die ist 20 Jahre her. Das war längst bevor diese Bilder, die Sie an dem langen Tisch jetzt hier wieder zurückrufen, längst bevor diese Bilder gemacht wurden, gab es ja ein Militärbündnis zwischen Russland und China. Und warum? Weil man eben auf der westlichen Seite überhaupt nicht versucht hat, mit Russland nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion eine konstruktive Zusammenarbeit zu organisieren. Das geht zurück, wie gesagt, schon auf den Vater Busch, also auf den ersten Busch-Präsidenten, der damals gesagt hat, nein, nein, wir haben den Kalten Krieg gewonnen und wir werden die NATO erweitern, obwohl wir etwas anderes zugesagt haben oder mündlich zugesagt haben. Das ist das Problem gewesen. Und die ganze Entwicklung zwischen 1990 und ich sage mal 2007, als Putin seine aggressive Rede in München vor der Sicherheitskonferenz kam, diese ganzen 15 Jahre, die da abgelaufen sind, die muss man in der russischen Geschichte verstehen. Man muss immer andere verstehen. Ich bin deswegen auch stolz, ein Putin-Versteher zu sein, weil ich versuche zu verstehen, was ihn bewegt. Nur so kann ich überhaupt vernünftige Politik machen. Wenn Sie ein Putin-Versteher sind, dann verstehen Sie vielleicht auch, wie weit er gehen wird. Haben Sie da eine Vorstellung? Ja, habe ich. Er wollte weder Polen angreifen, noch Deutschland, noch Litauen, hat er alles nicht gesagt. Er hat in seinem Papier, was er am 17. Dezember 2021 vorgelegt hat, hat er gesagt, er wolle wissen, wie dort die Bewaffnung ist, weil es da aus dem Jahr 1997 eine Vereinbarung über die Waffen gibt. Darüber hätte man reden und verhandeln können. Also er hat nie gesagt, er wolle Polen zurück in das russische Reich. Das ist ein Märchen, was die Amerikaner hier verbreiten. Das war nie Putins Absicht. Und das hat er nicht mal mit der Ukraine gewollt. Er wollte von der Ukraine lediglich eine feste Zusage über zwei Dinge. Erstens, dass sie das Minsk-Abkommen einhalten. Und das heißt, dass der Teil, der extrem russisch ist, nämlich der sogenannte Donbass, also die Ostgrenze der Ukraine, dass der eine Autonomie, eine Selbstverwaltung bekommt, wie die Ukraine das versprochen hat. Und zweitens, dass die Ukraine als Ganzes dann nicht in die NATO kommt. Und wenn man das gemacht hätte, wäre das alles nach meiner festen Überzeugung nicht passiert. Und ich glaube, das kann man beweisen. Also nach dem, ich sage auch mal, Überfall auf der Krim, war Ihnen dann auch klar, dass das sozusagen der Zeitraum überschritten ist, wo man mit Putin hätte noch verhandeln können? Nein, das ist nicht richtig. Die Krim war wirklich ein ganz besonderer Fall, von dem selbst Helmut Schmidt damals gesagt hat, er habe Verständnis für den russischen Präsidenten. Die Krim ist ein uraltes russischer Teil Russlands. Und wie gesagt, ich habe von dem Krimkrieg aus dem Jahr 853 vorhin auch schon mal gesprochen. Also es kommt darauf an, wie man die Krim betrachtet. Und der Krim hat es im Übrigen ja auch nach 1990, also nach der Verselbstständigung der Ukraine, nach dem Ausscheiden der Ukraine aus der Sowjetunion, aus dem alten Russland, gab es ja auf der Krim auch starke Bewegungen und ein Referendum, das ganz eindeutig auf der Seite der russischen Zugehörigkeit war. Dieses Referendum könnte man auch heute, das wäre auch ein Vorschlag von mir gewesen, noch mal nachholen. Ja, ist denn, also das ist ja auch in Ihrem Buch thematisiert, diese kleinen Nationalitäten, die sich jetzt, also überall in Europa sozusagen breit machen, ist das etwas zu befürworten oder macht es nicht Europa viel zu kompliziert? Also wenn wir zum Beispiel das Baskenland nehmen oder überall da, auch in Irland und überall da, wo es Bewegungen gibt, sich sozusagen eine kleine Selbstständigkeit zu holen, zu erkämpfen. Wie sehen Sie das? Sie können, Herr Van Hoven, das Leben nicht befürworten und auch nicht aufhalten. Das ist die demokratische Entwicklung in der Welt, die zur Selbstbestimmung führt. Darüber gibt es ein kurzes Kapitel bei mir. Dan Hoven, den ich da zitiere, der Don Hoven, der hat das ja sehr gut in einer Publikation der J-Universität dargelegt. Es gibt eben eine grundsätzliche Tendenz in der Welt zur Selbstbestimmung. Wir hatten, als ich mal in der Politik angefangen habe, glaube ich, 80 Nationen in der Welt. Jetzt haben wir 200 fast. Woher kommt das? Immer mehr Teile haben verstanden, sie wollen sich lieber selbst regieren. Und das können sie nicht aufhalten. Sie können dabei nur dann Lösungen finden, die mit der sogenannten Autonomie verbunden sind. Sie können das Baskenland in Spanien halten, ihm aber Selbstverwaltung geben. Sie können Katalonien und Barcelona in Spanien halten, ihm aber Selbstverwaltung geben. Sie können Korsika im Bereich Frankreichs halten, aber ihm eine Selbstverwaltung geben, weil Korsisch eben auch eine besondere Sprache ist und so weiter. Und das heißt, sie hätten auch die Ukraine zusammenhalten können, wenn man das gemacht hätte, was die Ukraine ja versprochen hatte, nämlich das Baskenland autonom zu machen. Nicht das Baskenland, nicht das Baskenland. Nein, Entschuldigung, den Donbass, so wurde ich gesagt. Den Donbass autonom zu machen. Und diese Zusage, die die Ukraine hier gegeben hat, die hat die Ukraine torpediert. Sie hat sie bewusst nicht eingehalten. Lassen Sie mich mal das Runterdeklinieren tatsächlich auf die Bundesrepublik. Und da Sie ja erst der Bürgermeister in Hamburg waren. Und ich erinnere mich an eine Diskussion, dass man gesagt hat, diese kleinen Länder, die sind so schwierig zu regieren im Sinne von den großen Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern und so. Und dass man überlegt hat, also Bremen, Schleswig-Holstein, Hamburg und dann als die Mauer aufging, Mecklenburg-Vorpommern, zu einem Bundesland zu vereinen. Das erschien mir eigentlich als eine sehr gute Idee, weil viel Bürokratie dadurch wegfällt und, und, und. Und das jetzt natürlich auch auf den europäischen Bereich ausgedehnt, erscheint mir dasselbe zu sein. Also man baut ja da wieder ungeheure Bürokratien auf. Und deshalb wäre es vielleicht mit dem Nordstaat in Deutschland eine gute Lösung gewesen. Nein, das glaube ich nicht. Und zwar deswegen nicht, weil ich Erfahrung habe mit der Zusammenlegung nur von Gemeinden in Flächenstaaten. Da müssen Sie mal hingucken, was da passiert. Es ist eben so, die Leute haben ein Bedürfnis, selber zu entscheiden. Und die Umgehungsstraße eines Dorfes, ich war ja mal Bundestagsabgeordneter, Bundestagsabgeordneter eines großen Flächenlandes in Rheinland-Pfalz, nämlich der sogenannten Südpfalz. Und wenn Sie da die Diskussion mal kennengelernt haben, wie da die Gemeinden miteinander streiten, wo die Umgehungsstraße nun gehen soll, dann werden Sie sehen, dass ein solcher Prozess, der, sage ich mal, eine Entwicklung der Identität in der Geschichte geschaffen hat, wie Hamburg und Schleswig-Holstein dann, und dann Bremen, dass man das nicht einfach übers Knie zusammenlegen kann. Was man braucht, ist Zusammenarbeit. Das ist wie in der Europäischen Union auch. Es ist völlig sinnlos zu glauben, man könnte, das haben übrigens die Benelux-Länder ja mal versucht, man könnte einen gemeinsamen Staat aus Belgien, Niederlande und Luxemburg machen. Hat man nicht gemacht. Warum nicht? Weil Luxemburg würde sich ungerne aus Brüssel regieren lassen. Aber man kann natürlich eine enge Kooperation organisieren. Aber man hat im Grunde genommen alles doppelt. Ja, aber Sie denken zu ökonomisch und ich denke politisch und sozial. Man kann eben bestimmte Dinge nicht erzwingen. Und übrigens, ich weiß nicht, Sie sind ja ökonomisch gebildet, ob es Ihnen aber bekannt ist, dass 50 Prozent aller Mergers, aller Zusammenschlüsse von Unternehmen scheitern. Und Forbes, diese große amerikanische Unternehmenszeitschrift, die sagt ja sogar 80 Prozent scheitern. Woran? Ja, die unterschiedlichen Unternehmenskulturen. Okay, okay, okay. Da sind Sie bei dem Wort Kultur. Und dieses Problem haben Sie auch, wenn Sie jetzt Hamburg und Kiel zusammenlegen würden. Das geht eben nicht. Aber was man machen kann und was ich sehr betrieben habe in meiner Zeit als Bürgermeister hier in Hamburg, das ist die Zusammenarbeit mit Niedersachsen und die Zusammenarbeit mit Schleswig-Holstein. Damals waren wir ja noch nicht wiedervereint. Also Mecklenburg-Vorpommern gehörte nicht dazu. Aber Schleswig-Holstein schon. Und wir haben enge Zusammenarbeit gemacht. Auf der einen Seite mit dem Vater von der Frau von der Leyen, mit dem damaligen Ministerpräsidenten Albrecht in Niedersachsen und in Hannover und auch mit Barschel damals und dann später mit Engholm in Schleswig-Holstein. Also ich bin sehr auf Ihrer Seite, aber ich bin nicht für das Kniebrechen von Vereinigungen, weil ich auch wirtschaftlich zu erfahren bin. Das geht eben. Manches geht eben nicht, weil die Kulturen eben verschieden sind. Ja, ja. Herr Fontanani, ich finde es immer wichtig, dass Bücher geschrieben werden, die zu einer Diskussion führen. Und ich glaube, das haben Sie absolut mit Ihrem Buch erreicht. und ja, es steht ja auch schon Spiegel Bestseller drauf. Also von daher ist das ja auch für einen Autor schon mal ein gutes, ein positives Siegel. Und an dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen für das Gespräch bedanken. Vielen Dank, Herr Fontanani. Darf ich noch was hinzufügen? Aber selbstverständlich. Also, ich bin leider nicht überzeugt davon, dass ich eine Debatte, die ich haben wollte, erreicht habe. In Berlin aus der Politik gibt es keine wirkliche Reaktion, außer dass ich neulich mit Herrn Merz ein heftiges Streitgespräch hatte, aber außerhalb der Öffentlichkeit. Was mir wichtig wäre, wäre, dass dieses Buch in Berlin nicht nur gelesen, sondern dann auch in Bundestagsdebatten die Frage diskutiert wird, wer ist eigentlich die Adresse für den Frieden in der Ukraine? Ist es nur Putin oder ist es auch die USA? Und was müssten wir in den USA reagieren? Also, ich wollte eine Debatte über die politischen Strukturen einer zukünftigen Sicherheit in Europa auslösen. Das ist mir bisher leider nicht gelungen. Und unser Gespräch könnte ja dazu noch mal beitragen. Okay. Also, ein Aufruf an die Berliner Politik. Richtig. Richtig. Dann an dieser Stelle trotzdem noch mal ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Van Hoffen. Van Hoffen wurde Ihnen präsentiert von der Lygen Akademie. Danke. Tschau elected.